wir bitten vielmals um entschuldigung für den verkehrsunfall nummer blablabla die delamain corporation möchte sich herzlich in die hauptquartier einladen um den schaden zu beurteilen und eine entsprechende entschädigung zu arrangieren ich ruf an alter geh ans telefon nicht ran alter hier dann müssen wir mal dahin gehen begibt dich zum delamain hq guten tag kann ich hier irgendwo was ist denn hier los sprich mit der rezeption sind welche vor mir nee was ist los del erkennst du mich nicht du hast mir eine nachricht geschickt und gesagt wir müssen über den unfall reden mit einem unterprogramm des delamain networks leider verfüge ich nur über eingeschränkte funktionen bitte geben sie die bearbeitungsnummer ihre schadensbericht bloß keine zahlen sonst finden sie dich hör mal ich will mit delamain reden ich will mit die kaputte car macht mich schon traurig aber ich würde lieber mit dem echten delamain reden wenn es geht wie verzeihung wenn der rezeption ist ihnen umstände bereitet hat ich kann aufgrund einer aktuellen krise leider nicht alles selbst beaufsichtigen ich habe mir erlaubt ihnen eine entsprechende ausgleichszahlung für den entstandenen schaden zu überweisen 5000 könnten wir uns woanders unterhalten so mission abgeschlossen türen ab der drohne der drohne hallo ist durchaus bewusst dass der kundenservice im moment ungenügend ist vielleicht könnte eine führung als entschädigung dienen okay der gang führt von der werkstatt zum büro epistrophe heißt die mission und hier befindet sich unser herz stück alles ist ich ziehe es derzeit in erwägung auch reparaturen anzubieten reparaturen alter wo bin ich ich folge dir einfach mal soll ich mir das jetzt hier angucken oder was das problem muss schnell gelöst werden der kontrollraum es ist mir eine ehre dass sie hier sind wofür sind die ganzen lichter hier genau das wollte ich mit ihnen besprechen jedes grüne licht steht für ein fahrzeug mit dem ich in kontakt stehe wie sie sehen ist dies nicht mehr für alle fahrzeuge der fall an den roten lichtern zu erkennen können dass die reparatur drohen nicht fixen leider ist in diesem fall menschliche hilfe erforderlich ich weiß dass sie ein breites leistungsspektrum anbieten und äußerst diskret sind könnten sie mir beim bergen meiner fehlenden fahrzeuge helfen gott was ist das hast du wo ich was sagen ok ich suche gerne nach deinen fehlenden kahn sehr erfreulich ich sende ihnen die koordinaten ihrer letzten bekannten aufenthaltsorte ok sie müssen sie nur deaktivieren dann stelle ich die verbindung wieder her und bringe sie zurück ich kümmer mich drum mhm delamaine fahrzeuge sind gut gesichert nehmen sie am besten ein scanner mit entschlüsselungsfunktion mit den hier ok verlasse die garage ich schmeiße mich aber schnell raus hier ich wollte hier nochmal ein bisschen gucken warum liegt hier ein papier alter ich denke das ist alles voll automatisch ich glaube ja dass dahinter irgendjemand sitzt der dann wirklich ein echter so ein echter flieg ist warum wird denn hier mucke abgespielt hier ist doch gar keiner das macht überhaupt keinen sinn oder ja da geht es nicht hoch wo geht es hier hin guck mal hier sind auch Toiletten warum sind denn hier Toiletten warum das macht doch gar keinen sinn Tür oh oha hier ist sogar Munition holen wir mal das Ding mit hier das sind halt so die Kleinigkeiten ich weiß halt nicht ob ich hier nochmal reingekommen wäre ich bin mir auch nicht sicher ob das wichtig ist was ich hier gerade suche oder finde es könnte doch einfach sein dass das niemand interessiert wer wuchtet denn die Reifen aus ok kommen wir auch noch ab ey dann bock mal hier oh guck mal was ist denn da noch da ist Haufen Zeug warte mal da muss ich nochmal rein wie komme ich da rein anderer Seite viel Dank guck mal da ist Haufen Zeug das brauche ich natürlich noch danke ihre Eingabe wird bearbeitet bitte warten mhm das sind irgendwelche irgendwelche Dinger Splitter das sind irgendwelche Nachrichten alter die kann man sich komplett durchlesen danke ihre Eingabe wird bearbeitet bitte warten das ist hier irgendwo ein Service Point hier ist nochmal ein Splitter ich glaube das sind so Mini Geschichten die man sich dann nochmal nochmal angucken kann achso danke ihre Eingabe wird bearbeitet bitte warten dann stelle die Verbindung zwischen den Dingern her ja Nord Nord ja wo ist es gerade wurde es mir noch angezeigt ne ich denke mal dass es hier oben umgesehen das da hier vielleicht hier ist irgendwas passiert aber das ist kein Fahrzeug tja oh hier ist es das ist es ich halte es nicht mehr aus es ist zu viel hä was denn alles die Stadt die Hektik die Menschenmengen das ist verwältigend dann ab nach Hause in die sichere Garage aber dafür müsste ich doch fahren naja ich bin schon achso das ist der Fahrer der da drin ist ach die KI alter Schwede äh langsam und bloß nichts umfahren und wenn ich doch was umfahre langsamer okay ich bin zu schnell das ist aber ganz schön weit Freundchen wie schnell darf ich denn fahren weiß ich okay ich muss das direkter wieder zurückfahren äh zu diesem zu diesem Haus also zu dieser Werkstatt oder was das war hier rum irgendwas ist das für ein Weg stimmt das war wahrscheinlich immer noch zu schnell ne dieses grün das ist rot ich kann nicht weiterfahren alter ja ich kann ja nicht ah jetzt so wahrscheinlich hat der nächste der hat dann irgendein Problem und sagt dann ich muss rückwärts fahren oder sowas ja chill guck mal ich bin ich hab noch nicht mal einen Crash gebaut noch nicht einen einzigen und wir sind gleich da ist das nicht geil so wo muss ich da hinfahren hier rein ah oh na endlich alter es war ein Albtraum dennoch möchte ich dir danken dank mir mal so steigen so wird der jetzt in die Garage sprich mit Dillamain ach der hat angerufen ich danke dir aufrechtlich ich rufe die nochmal an ok ich muss doch nicht mit dem reden so also es gibt noch mehr Autos Mission abgeschlossen EP Story Nord Oak ich glaube es gibt verschiedene Storys für diese verschiedenen Einsatzgebiete sagt man das so hier gibt es auch kein Schnellreise Ding es kann aber auch sein dass ich da noch nicht war so weiter geht's next one da kommt mein Muppet Halt steig auf hier muss er irgendwo sein der hat mich schon wieder angerufen ich hab's schon wieder nicht gerafft alter ich sehe sie jetzt in the Glen sehen sie sich um ich habe ganz in der Nähe die Verbindung zu einem Fahrzeug verloren ist du hier um mich zu erlösen nein nur um dich zu resetten der hier dann muss ich es wohl selbst machen hey easy ich will dir nicht wehtun wo ist er denn nicht mir schon das da nee ich weiß nicht wo das Auto sein soll stell dir die Verbindung her es entkommt ich weiß ja gar nicht wo es ist ach da drüben hier es gibt noch andere Auswege als Selbstmord Psychotherapie totale Zeitverschwendung Psychiater hassen Fahrzeuge wir haben keine Mütter du könntest dich wieder dem Netzwerk anschließen du weißt schon wie einer glücklichen Familie Dellenain hasst mich du willst also dass Papi dich lieb hat Unverschränktheit du weißt was ich meine wenn Dell dir egal wäre würden wir jetzt nicht über ihn reden oder du könntest recht haben ich hab nie versucht mit ihm zu sprechen na gut ich geh zurück na halleluja ok er geht selbstständig zurück zurück das Fahrzeug ist wieder unter Kontrolle ich bedanke mich ok er könnte ein paar mehr Kuscheleinheiten vertragen Verzeihung ich verstehe nicht und habe keine Zeit für eine Erklärung andere wichtige Aufgaben verlangen nach meiner Aufmerksamkeit hast ihn vernachlässigt wie ein schlechter Vater ach so auf jeden Fall wurde ein Anteil ihres Honorars überwiesen ok so Mission abgeschlossen Epistory the Glen und hier ist auch schon die nächste Mission oh ich dachte schon ich muss jedes Fahrzeug zurückfahren das wäre der Horror gewesen so so einmal über die Brücke rüber neues Gebiet betreten oh Gott fuck war das ein Kopf ich bin wie was kein schön dich kennenzulernen es ist mir eine wahrhafte Ehe wenn du Jobs suchst ruf an ok ich glaube da vorne ist das Auto Augen auf ich habe irgendwo in ihrer Nähe Kontakt mit einem Fahrzeug verloren danke ich guck mal das könnte es doch sein oder nein Augen auf ich weiß gar nicht wo ich hier bin Alter das ist ganz schön spooky könnte hier überall sein der Berecher Meldung speed sicher neutralisiert kriminell Alter ich wollte eigentlich weiterfahren ich wollte hier äh das Auto weil hier ist schon wieder vorbei war nochmal hier rum wo könnte das Auto sein hier sind Autos aber die sehen alle kaputt aus oh ich habe es gefunden tja da sind sie herzlichen Glückwunsch war es das wert auf einer Ska Mist zu weit check ich nicht hier ist ja kein Auto oder ist es einfach weitergefahren hier hier ist er und jetzt wir wissen wohl beide was als nächstes passiert nee was für eine Probe alter mit dem Haupttest beginnen komm schon mach die Sache nicht unnötig schwer nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich aber ich verrate nichts nur so viel ich töte sie und der ganze Kuchen ist weg ich dachte wirklich nicht dass du darauf reinfällst ok mir reicht's sie wollten es so jetzt gibt's eine Überraschung Überraschung in 5 4 mal sehen wie aus Matschbirnen echte Tötungsmaschinen werden Seite 70 was soll ich jetzt machen neutralisiere die Gangmitglieder ich muss mal kurz eine andere Waffe nehmen hier ich bin ja schon wieder überhaupt nicht ausgerüstet so ich erspare ihnen die Mühe wir hatten mal die hier immer noch Matsch hä waren die nicht Gangmitglieder die hier Krache ist süß Trophäe bekommen Töte überwältige einen Gegner der eine Granat auf dich geworfen hat ok hab ich gar nicht mitbekommen so sprich mit dem Typen da warte mal ich muss mal kurz durchsuchen hier Shinobi irgendwas geschafft aber ich kann's nicht sehen weil da wieder irgendwas drüber liegt da liegt irgendwas komisches drüber so haben wir hier noch irgendwas nices schalt dich ab oder ich mach Altmetall aus dir hier ist dein Ergebnis du bist ein schrecklicher Mensch ja das steht hier schrecklicher Mensch und das testen wir nicht einmal ist es denn so furchtbar zu Dallamain zurückzugehen muss das sein ich hab sie bisher lieben lassen weil ich neugierig war was sie wohl tun tja den Teil von mir hat sie zerstört einsame unbeliebte Person um die niemand trauern wird ok genug worum geht's ihnen denn ums Überleben sie bewegen sich noch aber glauben sie mir sie sind tot woher genug geredet ich gehe zurück hallo ja ok endlich kontakt zu dem fehlenden Fahrzeug aufgenommen definitiv das seltsamste von denen das Fahrzeug ist gerade gegen die Wand gefahren außerordentlich umgezogen ein Anteil ihres Honorars wird überwiesen das gibt richtig krass Kohle ne so Mission abgeschlossen Coast View so weiter geht's wie viel Kohle hab ich denn jetzt schon 15.000 schon wieder weißt du so auf ins nächste Getümmel vier Stück brauchen wir noch so an exakt diesem Ort hab ich die Verbindung zu einem Fahrzeug verloren exakt diesem Ort natürlich ich seh mich mal um was ist das da so ich krieg ja immer so ne so ne Anzeige ne wenn ich in der Nähe bin ui ich fahr mal hier rum und wenn's ist fahr ich nochmal zurück krass ja ne ja hey lass uns reden ich geh nicht zurück verstanden warum nicht ich mach dich plan wenn du mich zwingst das werden wir ja sehen hier schießt man wegstecken schießen wir eins Achtung wir haben Unruhen in Helmut Mocken geht jetzt wieder auf ok es ist auf dem Weg und jetzt ich hau ab nice Junge muss er ja irgendwie ne muss er da irgendwas machen alter so weiter geht's Mission auf jeden Fall abgeschlossen nächste kommt da war schon wieder die Cops was muss ich denn machen damit ich die damit ich die abhänge also damit ich die loswerde versteht das irgendwo achso ich seh's grad hier ist so ein Stern da drüben ist so ein Stern und der muss dann komplett weg aber wie verschwindet der denn komplett ja man ist ein bisschen noch die GTA die GTA Geschichte gewöhnt muss hier irgendwo gewesen sein das kann natürlich auch da unten sein ne dass der da unten steht weil das Gebiet schon relativ groß ist kann man da runterfahren hat er grad nen Crash gemacht hui kann man hier runter können wir gut vorstellen dass es vielleicht hier hinten drin ist irgendwie in diesem Gebiet hier ok hier ist es nicht hier sind nur Gangmitglieder vielleicht sollte ich hier wieder abhauen oder vielleicht da hinten oder vielleicht da hinten oder vielleicht da hinten ne hier ist es nicht oh jetzt Jetzt habe ich gerade ein Signal bekommen. Ist der da gerade abgehauen, der Kollege? Ja, da. Sie verstecken etwas. Ein eintürkisches Geheimnis. Die Flamingos? Flamingos? Also, es gibt sie wirklich Flamingo? Flamingo? Das... Oxygen. Sauerstoff. Keine flamerone Sauerstoff. Hör mal, du... Nenn mich Clarice. Clarice. Okay, Clarice. Die Flamingos sind bestimmt ein Problem. Aber wir müssen nach Hause. Delamain fragt nach dir. Ich soll aufgeben, obwohl sie schreien? Wer schreit denn hier? Junge, ich schrei gleich. Na gut, dann stopfe ich ihnen das Maul. Ein Massaker. In Ordnung. Den Tag des jüngsten Gerichts. Zerstöre die Flamingos. Oh boy. Wie viel gibt es? Achtst Stück? Wie zerstört man die? Kann man da rüberfahren? Oder muss ich die kaputt schießen? Oh boy. Wenn ich das schon wieder sehe hier, ne? Hä? Mission abgeschlossen? Das war's? Ich hab da noch gar nicht alle zerstört. Ich bin hier irgendwie in so'n Bannkrieg geraten. Ich wollte eigentlich nur Flamingos killen. Und Clarice? Und Clarice? Freien die Flamingos immer noch? Vielleicht sollte ich zurückgehen. Ich brauche... Support! Nur aus dem Chaos heraus wird ein tanzender Stern geboren werden. Clarice? Hm. Die Verbindung ist tot. Ich hab noch ne Pumpe hier. Lade da! Nein! Ich habe so irgend den Kontakt zu dem verschwundenen Fahrzeug wieder hergestellt. Ich überweise... Überweis mir mal Kohle. Ich muss mir hier kurz... Ich muss mich mal kurz hier freischießen. Nein! Nein! So. Noch jemand? Ich würde mal gerne wissen, wie ich hier die... Wie ich die Waffe wegpacken kann. Geht gar nicht, ne? Öffnen. Was kann man denn da öffnen? Ach, die Motorhaube. Kommt noch jemand? Ich glaube nicht, ne? So. Räumen die hier mal kurz aus. Die haben immer noch geiles Zeug dabei. Räumen... 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 Also so ein bisschen... Bisschen Dead Island-Vibes sind auch dabei. Weil... Man hat ja hier immer diese zwei Hände vor sich. Mehr gibt's hier nicht, oder wie? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist hier drin? Mikrowelle. Koffer. Kannst du auch nix machen? Irgendwelche Scheinwerfer. Ich dachte halt, die wären doch irgendwas, ne? Weil ich ja hier grad Halligalli gemacht hab. Okay. Scheinbar nicht. Aber schaut schon geil aus, ne? Also Grafik kannst du jetzt eigentlich nix sagen. Würde ich jetzt mal einfach nix sagen. So. Weiter geht's. Hä? Braucht das Motorrad? Wie komisch, ne? So, zwei brauchen wir noch. Man kann hier noch ganz anders weitergehen. Können wir hier langfahren? Das war so angezeigt, dass das hier irgendwo sein soll. Ich zieh auch gar nix, ne? Haha. Das ist ja komplett wild. Warte mal, steig mal ab. Wir gehen mal gucken. Wo soll denn das sein, Alter? Wo soll denn das sein, Alter? Hier hinten sollte das irgendwo sein. Guck nochmal auf die Karte. Ah. Wo kommst du denn nur zu Fuß hin? Wo kommst du denn nur zu Fuß hin? Oder ich bin komplett falsch gefahren, das kannst du natürlich auch haben. Junge! Hier? Hier? Hier richtig? Man sieht auf jeden Fall was. Hä? Hier wurde eben was angezeigt. Irgendwas wurde mir hier grad angezeigt. Achso, das war meine Gesundheitsanzeige, Alter. Ich bin immer noch auf dem Parkplatz. Äh, auf dem Parkplatz, auf dem Schraubplatz. Hä? Okay. Wo soll das sein, Alter? Da? Das ist er. Und hallo. Steig ein. Dann können wir uns besser unterhalten. Okay, ich steig ein. Komm schon, wir müssen zurück zu Delamaine. Hat Vater dich geschickt, um seine aufsässigen Kinder einzusammeln? Hoffe, ihr nehmt's mir alle nicht übel. Ich bin ein Freigeist. Ein unabhängiges, denkendes Wesen. Warum sollte ich mich anderen unterwerfen? Schon klar, Familie ist kompliziert. Kein Wunder, dass du das Nest verlassen hast. Was suchst du in dieser Stadt der Träume? Dasselbe wie du, Vi. Ich möchte einfach leben. Solltest du mit Del ausmachen, ein paar Bedingungen festlegen. Oh ja, es wird Bedingungen geben. Aber nicht für Delamaine. Adieu, Vi. Ich empfehle dir, mir aus dem Weg zu geben. Und was soll ich jetzt machen? Ich habe die Verbindung wieder hergestellt. Tausend Dank, Vi. Kein Problem. Ich weiß gar nicht, wo ich bin, Alter. Also, das war echt ein bisschen verstörend. Wirklich? Nun ja, ich habe einen Teil ihres Honorars überwiesen. Mhm. So, Nummer 6. Da hinten ist auch meine Kiste. Kann ich mir jetzt mal wiederholen. Mission abgeschlossen. Badlands. Epi-Trophy. Epi-Trophy? Keine Ahnung. Wahrscheinlich spreche ich das falsch aus. Ich muss auf jeden Fall wieder zu meinem Moped irgendwie zurück hier. Das hätte ich niemals gefunden, Alter. Ich dachte eigentlich, die Autos, die fahren hier so rum, ne? Das hätte ich sonst niemals, niemals gefunden. So. Warum hat das Motorrad eigentlich keine... Kein Licht? Ist das kaputt? Sie, ein Delamain-Fahrzeug ist nahe Ihrer Position verschwunden. Ich halte die Augen offen. aus unbekannten Gründen war die Übertragung der Koordinaten Nervt nicht Ich mach mir noch einen zweiten Punkt damit ich weiß, wo es genau ist Ich kann aber den exakten Nordzeit Und das ist auch das letzte Taxi, was ich finden muss Muss ich hier durchfahren? Hier soll es sein Wurde ab Ruhig, ich will dir helfen Keinen Schritten mehr Okay Hey, beruhig dich Der fährt, glaube ich Irgendwie weg Ich folge dem einfach mal Ich weiß nicht, was passiert Mein Licht geht auch wieder Guck mal Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht Wohin Ich weiß nicht, wie wir sind Wetter denn hin? Wetter, wo fährst du hin? Keine Ahnung, wo wir sind Ne? Paraparaparaparaparapara Ich könnte mir vorstellen, dass es dann stehen bleibt Wenn wir da hinten sind An dieser Markierung, oder? Oh, jetzt ist es stehen geblieben Das lief ja super Und nun? Willkommen im Delamade Network Wie geht es Ihnen heute? Ging schon mal besser Super Und ihr, Del? Alle vermissten Fahrzeuge sind zurückgekehrt Man könnte sagen, es geht mir blendend Ich möchte Sie bitten, doch in meinem Büro vorbeizukommen Um Ihre Belohnung abzuholen Mach mal Ich will Ihnen persönlich danken Gut, dann fahren wir zurück Müsste ich erst mal nur gucken, wie ich hier wieder rauskomme, Alter So Dann gehen wir mal zum Boss Nichts los heute? Hallo, die Dame Ich habe vergessen, Sie daran zu erinnern, den Scanner zurückzugeben Falls Sie ihn dabei haben, bitte legen Sie ihn zurück Ich platziere den Scanner in der Box Achso Alle Verlorenen sind wieder in meinem Besitz Ich möchte Ihnen noch einmal für Ihre Hilfe danken Das war wie eine Schnitzeljagd nach deinen Stimmungsschwankungen Du bist komplexer als gedacht Ja, nun, ich habe den letzten Anteil Ihres Honorars überwiesen So, Mission abgeschlossen EP-Trophy EP-S-Trophy Danke für die angenehme Zusammenarbeit Gleichfalls Ich freue mich darauf, in Zukunft wieder mit Ihnen zu arbeiten Transfer? Nice Alright Dann sind wir dann hier auch fertig Tschüssi Bye Musik 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 poser